Ripper-Dog hier geblieben. Zu niedrig. Warte klein, warte klein, warte klein. Was war das? What the fuck? Die haben mich, die haben mich, Gary, die haben mich. Die haben mich nicht. Geh, geh rauf, geh rauf. No, 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 no. Oh, die Katze kommt. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Die kriegen mich nicht. Ich krieg sie aber. Oh Gott, jetzt hat mich einer getroffen. Bis zurück. Das war eine riesengrüne Wolke. Holy shit. Ich muss abstricken. Oh Gott. Gary, ich glaub, ich sterbe. Mach auf Post, mach auf. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Jo, und somit wieder. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Hallo. Habt ihr die Gary gesehen? Die hat noch ihre Tech-Rüstung. Ich will die auch wieder haben. Hör auf. Böse. Nee, nicht böse. Ich will die auch wieder haben. Okay, ist egal. Ich hole sie mir irgendwann wieder. Ja, ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Ja, ja, ja. Das Ding bewegt sich. Das ist die Myth-Smithy. Ach, shit, die hab ich gar nicht gesehen. Das werd ich jetzt auch sofort machen. Wir können einen Tech-Terranodon herrufen. Ich glaub, es sieht so aus. Und ein Tech-Pferdchen. Ein Holz braucht es nur. Und, Leute, die teuerste Rüstung überhaupt. Also, man braucht Myth-Food. Können wir hier herstellen. Dafür brauchen wir 50. Und schaut euch jetzt mal die Sachen an, die wir dafür brauchen. Ja, wird auf jeden Fall nicht so leicht, das zu besorgen, dieses ganze Zeug. Weil dafür brauchen wir 100. Und das ist nur eins. Also, ne, wird ziemlich teuer. Aber ist egal, wir probieren. Was machst du da mit mir? Hi. Ein Auge ist bei dir zu. Hast du was im Auge? Du, 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 dir fehlt ein Auge. Komm mal hoch, komm mal hoch. Gary! Die haben dir ein Auge raus, genau. Stimmt, ich hab mein Auge zu, ne? Ja, deswegen. Ähm, aber bei den Zielen ist es doch besser, beide Augen offen zu haben. Oh, 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 oh. Gary, 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 Gary. Hä? Pass auf, pass auf, komm mal mit, komm mal mit runter. So. Ach, Leute. Ähm, wir hatten ja ein Dodo-Wi-Fan-Ei. Leider kaputt gegangen. Leider kaputt gegangen. Also, wir sind aber drauf und dran, einen neuen zu besorgen. Und wir haben ja noch die Pfeile. Die werden wir gleich benutzen. Ach ja, hier, hier, Boni. Hast du Boni schon gezeigt hier? Wer ist Boni? Boni. Wer ist Boni? Boni, Boni, Boni. 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 Wir verstehen uns. Ja, wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Okay. Aki. Aki haben wir euch jetzt gerade... Also, ähm, hatten wir ganz vergessen, die Gary hatte gleich nach der Folge nochmal geguckt, was er kann. Schaut euch an, was er auf der Leertaste kann. Oh, Lava. Und da ist er weg. Siehst du mich unterm Boden? Nee, aber ich seh hier in der Anzeige, ich kann hier nicht weiter. Ey, man sieht mich echt nicht. Komm raus! Komm raus! Ich komm raus! Oh! Hä? Holy shit! Okay, bei mir spielst du einfach nur hier. Oh, wie geil. Und, was noch das Beste ist. In der letzten Folge hat es ja nicht funktioniert mit dem Strahl, aber passt mal auf. Yes! Da liegt er los, Godzilla! Geil, wa? Geil, wa? Ja, das ist Aki, äh, das ist... Ja, okay, er hat mich doch losgelassen. Und in dieser Folge sind wir drauf und dran, den Geier zu zähmen. Das kann nicht wahr sein, ne? Alter, wie cool! Leg dich mal hin! Ich soll mich hinlegen? Leg dich mal richtig auf den Boden. Ja. Und nun? Alter, du bist voll getarnt. Geh mal hier zwischen die Pflanzen hier. Hä? Und leg dich mal hin und drück mal K. Ja, ja, okay, ne komplette Rüstung, okay, das würde man nicht sehen. Äh, das Pferd, das Pferd habe ich ganz vergessen. So Gary, ich rufe es her, ich rufe es her. Jo. Warte, ich wills lieber so. Ich wills sehen, ich wills sehen. Und? Und? Jo! Oha! What the fuck? Was ist das, äh? Dragonhawk? Und das kostet nur ein Holz? Ist das ein Witz? Level 1. Ja, das ist mir egal, ob es Level 1 ist. Schau dir mal die Sets an. Sind die gut? Dann will ich auch eins. Ja, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nur zum Reiten, oder? Oha! Oha! Okay, es kann ausspringen, es kann ausspringen. Aber Leute, 560 Leben, ja, äh, die Mücken, die Mücken können es schon fertig machen. Okay, ich sehe gerade oben rechts, es kann Level kriegen. Das ist schon mal gut, aber dass es so krass aussieht, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja echt ein Eis Pferd. Das sieht richtig geil aus. Das ist Frozen, das ist das Frozen Pferd. Frozen Horse. Okay, Gary, bist du bereit? Nimm das Pferd mit! Nein! Nimm das Pferd mit, das stimmt doch eh! Nein! Gary, du weißt, wir wollen ein Ei holen. Nimm das Pferd mit! Habe ich die Dinger mitgenommen? Habe ich die Dinger mitgenommen? Welche Dinger denn? Welche Dinger? Leute, wir haben Regeneration Potion mitgenommen. Das ist halt, äh, um Energie wieder aufzuregenerieren, äh, kann man mit Ra-Flowers herstellen. Das... Oh, und das kostet noch nicht mal so viel. Mach dein Wasser! Hol dir Wasser! Habe ich kein Wasser mehr? Ach, ist noch voll, Gary. Aber bevor ich natürlich hingehe, werde ich was trinken. Ihr wisst ja, in der Wüste ist es ein bisschen weiß. Das Pferd kommt dir hinterher. Ja, nimm das Pferd mit! Nee! Gary, es kostet nur ein Holz. Es kostet nur ein Holz. Los! Du weißt, ich... Ich... Ich bin ein Dodorex und du willst zu Fuß. Alles klar. Okay. Zu Fuß? Hast du gesehen, wo ich drauf sitze? Wieso auf was? Du sitzt nicht auf Feurig. Okay, Feurig, es tut mir leid. Nee, nee, nee. Such dir kurz einen aus. War ja klar. War ja klar. Die Gary nimmt natürlich ihren Tag-Wolf. Aber ist egal. Ist egal. Drückst du? Okay, Leute. Ab geht's in die Wüste. Der Dodorex gehört natürlich komplett dazu. Oh, meine Rüstung passt sogar voll. Zum Dodorex. Oh, ich hoffe, der macht genug Päuschen. Oh, da sind wir wieder. Und es läuft übelst flüssig. Hä? Es läuft wirklich richtig flüssig. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Tötet sie! Los, ich brauch ein paar Level. Ich brauch ein paar Level. Los! Haut auf! Ach, du hast die alle getötet. Ich hab gar nichts gemacht. Die haben gut geschmeckt. Ist egal. Ich muss aber aufpassen. Äh, ne? Oh, ich brauch mehr Energie. Dodorex braucht mehr Energie. Okay, pass auf. Jetzt können wir ja mal einen ausprobieren. Er hat 39.000 Energie. Und ich drück mal eins. Oh! Voll Leben, Gary. Echt? Also, wenn ich runter bin, kann ich sofort drücken. Zück mal die Dings raus. Ich will kurz gucken, ob er Tupo kriegt. Zück mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Und kriegt er? Die zweite Katze. Ja. Und kriegen sie? Nö. Wie, die kriegen keinen Tupo damit? Also, ist er nur so einfach grün? Ja. Oh, oh. Das ist natürlich nicht so toll. Ich hab... Oha. Schau dir diesen Raptor da oben an. Like a boss. Welchen Raptor? Ja, der wartet auf uns. Einfach Raptor. Level 1000 noch was? Hab ich jetzt richtig geguckt? Nicht hoch. Nicht hochgehen. So. Halte Ausschau nach dem Geier. Ich will diesmal... Gary, ist das dein Hund, was du da letztens haben wolltest? Das ist komische Ding, was? Ripperdog. Level 760. Pack es dir! Warte, das will ich aber mit dem Speer. Warte. Warte, nicht absteigen, nicht absteigen. Was tust du? Oh Gott. Warte, ich lock ihn weg. Ripperdog, komm mal mit, komm mal mit. Wie stark bist du? Zeig mal. Ach, der tut noch nicht mal was, der kleine Süße. So, kurz so. Nein, nein, nein. Dodo Rex. Aus. So, passt. No, 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 no. So. Komm her, Herr Ripperdog. Komm her. Ich... Oh, ich liebe das Speer, Speer, Speer. Komm. Mann gegen Mann. Oh, du bist schnell, Kleiner. Du bist schnell, du bist schnell, du bist schnell, du bist schnell. Gary, wie viel Topwater schon? Ah! Wie viel? Wie viel? Guck mal, Leute. Das sieht doch geil aus hier. Ah! Wie viel Topwater? Guck ihn mal, guck ihn mal an. Ach stimmt. Ich schieße die ganze Zeit mit vorne drauf. Ja, ist egal. Guck, aber guck, 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 guck. Ich kann es nicht sehen. Wie, du kannst es nicht sehen? Ich kann es nicht sehen. Doch, müsstest du aber. Mhm. Ich hab mich angezeigt. Ich mach ihn jetzt fertig. Ich mach ihn fertig. Ich mach ihn fertig, Gary. Ich schaff das schon. Er haut ab, er haut ab. Das heißt, er... Ich bohle ihn. Ripperdog hier geblieben. Zu niedrig. Warte klein, warte klein, warte klein. Was war das? What the fuck? Lauf, 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 lauf. Die haben mich, die haben mich, Gary. Die haben mich. Die haben mich nicht. Geh, geh rauf, geh rauf. Ja, ich hab was. No, 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 no. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Gary, nimm Dodo Rex. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm, 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 nimm. Du schaffst das schon, du schaffst das schon. Lauf. Ich renn mit ihm, ich renn mit ihm, ich renn mit ihm. Oh, nein. Aber ich kann ihnen nichts versprechen. Die sehen sehr stark aus. Gary, der Dodo Rex darf nicht sterben. Bitte. Bitte, 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 bitte. Tu mir den Gefallen. Lauf einfach nur, lauf. Hat er überlebt? Ja. Gut. Oh. Ich komm, ich komm, ich komm sofort, ja. Ich komm sofort. Boah. Ich wusste grad nicht, wo... Gary, über mir ist ein Riesengeier. Ja? Ja, da ist ein Geier. Okay, ich komm zu dir. Ich brauch aber meine Rüstung wieder. Wo bist du denn? Wo bist du? Oh, da bist du. Oh, Dodo Rex, wie sieht's bei dir aus? Wir haben meine Sachen nicht eingesammelt, es tut mir leid. Oh, gut. Alles super, alles super. Da ist doch kein Geier, das ist ein Adler. Da oben? Ja. Achso, schade, 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 schade. Geh jetzt nicht runter, die sind da noch. Aber ich brauch meine Rüstung, hallo? Dann lock ich sie weg. Ja, mach das, mach das, mach das. Warte, 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 warte. Die Dodo Rex ist hinter dir her. Warte doch, warte, 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 warte. Hab O gefiffen. Okay. Super. Da unten stehen sie, ich seh sie. Ja. Zwei Stück. Ich geh auf sie. Los, block sie. Ähm, zack. Ich glaub, das brauch ich noch nicht mal, weil meine Rüstung finde ich sofort... Ähm, wrong Ray. Die haben gespuckt, aber es ist kein Typ von denen da. Doch, hier sind zwei Stück von denen. Ja, dann los, bring sie weg. Da sind sie, da sind sie. Du musst sie wegbringen. Okay, ein gekillt. Okay, ich komm mit, ich komm mit drauf. Jo, den anderen auch gekillt. Los, auf den Dodo Rex. Los, komm, 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 komm. Jo. Ah. Haben die Sachen liegen gelassen? Da liegt der eine... Ey, Dodo Rex, du darfst nicht sterben, du darfst nicht sterben. So. Super. Wo liegt der andere Typ? Hier lag da noch einer. Ich seh gerade einen hier. Der hat aber nichts bei sich. Muss ich den erstmal kaputt machen? Kann das sein? Hat er da was liegen? Nö. Ich hab nichts bekommen. Du hast nichts bekommen? Nö. Doch, hab ich. Was hast du alles? Kibbel hab ich bekommen. Ja, aber hast du irgendwas fettes? Rocket Launcher, irgendwas? Schade. Ähm, rechte Seite. Ach, das ist dein Körper? Ja, hier ist mein Körper. Jetzt ist er natürlich schnackt, ne? Ach, wie das aussah. Alter. Die sind alle angewandt gekommen. Sind alle... Ich hab das aber echt nicht erwartet. So, wo ist ein Ripperdog? Ja, ich glaub, der hat sich auf den Stor. Ach, der wurde doch abgeknallt. Ich glaub, der ist tot, wa? Jo. Ach, Ripperdog. Unser Zweikampf war wohl für nichts, wa? Okay, Gary, auf Geierjagd. Los. Diesmal in dieser Folge wird ein Geier gezähmt. Am besten zwei Stück. Male und Female. Da unten steht ein Elfabusch-Mensch. Hier unten. Pass auf, warte. Ja, unten steht einer. Siehst du das da gerade aus? Da stehen drei Typen, die machen irgendwie... Oh, die stehen Patrouille hier. Pass auf, ich geh da hin. Warte, warte. Ich bin mit drauf. Eins, zwei, drei. Los. Töte sie. Warte, ich will auch rein töten. Oh Gott. Ferrazino. Und Dordorex. Egal, ich hab mal. Ich hab mal. Ich bin betäubt, 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 betäubt. Tötet sie, tötet sie. Holy shit. Ich muss abspringen. Oh Gott. Gary, ich glaub, ich sterbe. Sieh, mach auf Passi, mach auf. Oh, da, 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 da. Neutrei, 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 neutrei. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Neutrei, pass auf neutral, bitte. Ja. Oh Gott, ich bin gerade voll in Panik. Ich bin übelst in Panik, Gary. Oh Scheiße. Der Wolf ist nicht auf Passi. Der Wolf ist auf Passi. Ich hab gefiffen, ich hab gefiffen. Der müsste kommen, der müsste kommen. Ich denke, ich hab Heiflauf, ich hab Heiflauf. Weißt du, was ich gerade gemacht hab? Ich musste absteigen wegen Fallschaden. Da ist ne Frau. Da ist ne Frau. Die hat diesen komischen Stab mit Hopwummer. Hei, 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 hei. Okay, ich bin jetzt gleich tot. Du bist gleich tot? Ja. Oh, die sind immer noch hinter mir. Tech Boy, komm mit. Oh, Ripper Dog, hi. Endlich sehen wir uns wieder. Ähm, ich lauf jetzt weg, ja? Du bist tot? Come on. Gleich. Schock für... Oh Gott. Schock fürs ganze Leben. Okay, du bist tot. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich hab, glaub ich, ne riesen... Ich hab ne riesen Geier gefunden. Ich glaub, die laufen immer noch hinterher, oder? Die Typen kommen immer noch. Guck mal. Guckt euch das an, Leute, wie die laufen. Und mit nen fetten Rock... Alles klar. Ich bin weg. Alter, wie geil das hier aussieht, Gary. Ich bin gestorben. Ernsthaft? Das sieht so geil hier aus. Oh, wie herrlich. Ripper Dog, du kommst ja immer noch. Gary, was soll ich mit Ripper Dog machen? So, der hat Torpo. Torpo hat er. Och, 3000 noch was, der kleine Süße. Soll ich ihn mitnehmen? Der hat 3000 noch was, Ripper. Nein, 3000 noch was, Torpo hat er. Ach komm, Ripper Dog, komm hier. Komm her, Kleiner. Locker bis zu unser. Na, komm. Ripper Dog. Aus. Rest in Peace, Homie. Nicht in Wasser. Nein! Nicht her. Komm hier rauf, Kleiner, komm hier rauf. Bitte, bitte, bitte. Komm hier rauf, hab ich gesagt. Er hört nicht, Gary. Musst du ihn versorgen. Böse, wau, 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 wau. Er ist betäubt, er ist betäubt. Oder das ist ein Seemonster. Nee, noch... Doch, der ist betäubt. Leute, ihr bleibt mal hier, ja? Bleibt mal kurz hier. Ich muss kurz gucken. Ach, Kleiner, du bist da... Ah, okay, okay, okay. Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Aber sein Oxygen geht runter. Ich muss jetzt schnell handeln, ich muss jetzt schnell handeln. Unter mir ist alles schwarz. Leute, ich sehe nichts mehr. Okay. Ich sehe doch noch was. So, Ripper Dog, komm her. So, wie sieht's aus bei dir? Wie sieht's aus bei dir? Okay. Nimm das mal. Zeig mal, wie viel kriegst du? Ach komm, Ripper Dog. Komm. Weil du so schön bist, kriegst du das. Komm, du musst aber Hände machen, du musst Hände machen. Komm. Komm. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Und wer weiß, was hier unter uns verlauert. Komm mit, komm mit, Kleiner. Komm, 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 komm. Komm. Folge mir, folge mir, folge mir, folge mir. Oh, Ripper Dog. Bist ja doch rausgekommen. Nein. Irgendwas ist hier. Ah, ne Katze. Nur ne Miete, nur ne Miete. Och, der Dodorex sieht gelb aus. Hinten am Schwanz. Was? Pass auf, geh da nicht zu nah ran. Das könnte ein Boss eventuell sein. Nein, nein, nein. Unser Dodorex ist von hinten. Achso. Wie der Tech-Wolf. So, Kleiner. Wie siehst du aus? Habe ich eventuell meine Wunderkerzen mit dabei? Ja. Hab ich natürlich mal ein paar Ball. So. Zeig dich mal, zeig dich mal. Holy shit, Gary. Also, hübsch ist was anderes. Es sieht brutal aus. Hier, willst du, Kleiner? Willst du? Feuer! Ah, nein. Hast du meine Sachen eigentlich eingesammelt? Nee, die liegen da noch. Oh Gott. Okay. Ja, ich... Du musst... Die sind nicht mehr da. Sie sind nicht mehr da. Sammel dich ein und komm irgendwie zu uns. Ich... Oder ich komm zu dir. Leute, 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 Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange die Gary gebraucht hat, um ihren Körper zu finden. Sie ist ungefähr, ungerechnet sieben, acht Minuten hat sie gebraucht, damit sie uns gefunden hat. Naja. Jetzt sind wir alle hier und... Ach, du hast echt das Pferd jetzt genommen? Ja, das ist stark. Ähm... Wir müssten hoch zum Berg. Wir müssen auf der freien Fläche, weil hier sind keine... Also, Prime World Tours. Sind hier nicht. Wir müssen... Und wir müssen... Alles klar, sie fliegt schon weg. Ja. Wir müssen wieder zurück. So, Leute. Die beiden Kleinen hier, die kommen wieder zurück an unsere Base, weil das wird hier halt ein bisschen zu kritisch. Äh, ich bin jetzt gerade... Ja, ich... Das müsste unsere Base sein. So, Duderex, komm weg. Weg hier, weg, weg. Bye, bye. So. Weiter geht's. Komm mit, Gary. Jetzt gehen wir aber auf die Suche. Und nicht sterben diesmal. Nicht sterben. Pass auf, da ist Duderex. Stoß ihn runter! Du Mölderin! Schubst du einfach weg? Ja, pass mal auf. Geh mal jetzt runter und schubst ihn mal weg. Wen? Schubst ihn! Den da. Ja, ihn hier! Ja, los. Hast du Angst? Hast du Angst, oder was? Nee. Okay. Let's go. Weiter geht's. Prime World Tour, we coming! Ach, da, ich seh dich. Ja, die sind alle hinter mir her. Aha. Und zwar wirklich alle. Guck dir das an mit den leuchtenden Augen. Die haben Fleisch gerochen, wa? Ja. Schmeck hier, schmeck, schmeck. Futtert mich, futtert mich. Kommt. Kommt. Oh, die Katze kommt. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Die kriegen mich nicht. Ich krieg sie aber. Oh Gott. Jetzt hat mich einer getroffen. Jetzt zurück. Woah. Das war eine riesengrüne Wolke. Kommt, kommt meine Kinder. Kommt, kommt. Ihr kriegt mich. Holy Shit sieht das geil aus. Ah, der Lightning darf mich. Woah. Ah, die Werbe-Golem. Die Werbe-Golem. Gary, ich hab eine Alphatila-Koleo getötet. Sully. Wie, echt jetzt? Ja, sorry. Das took mir leid. Gary, ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Endlich. Sei bitte hoch. Sei bitte hoch. Level. Level. Komm. Ich hatte dich. 1040. Gary, wir haben den perfekten. Wow. Problem ist, einer muss ihn lenken. Und ich... Was ist das kleine da? Ach, das ist nur eine Pflanze. Pferde rein hier rum. Pass mal auf. Äh, willst du drauf schießen oder soll ich drauf schießen? Willst du ihn ablenken? Oder warte, ich setz den ersten Pfeil dran. Wir müssen ihn sozusagen jagen. Wir müssen ihn jagen. Wir müssen ihn weglocken, drauf schießen, weglocken. Ja, ich nicht. Deswegen ist es halt, äh, ein bisschen... Oh, soll ich schießen? Nee, ist zu weit weg. Ist zu weit weg. Kommt, kommt. Dotteldecks. Jetzt gibt's Action! Okay, gibt's schon die ganze Zeit. Aber ist egal. Komm her. Komm her. Komm her. Voll in die Brust rein. Hast du auch getroffen? So, kommt da, kommt da, kommt da, kommt da. Oh. So, ich schieß nochmal drauf, ich schieß nochmal drauf. Oh, was, wie siehst du an? Gary, 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 komm zurück! Wo willst du hier mit dem? Ich bin allein gegriffen. Und wenn ich renne, dann kriegt der, kriegt der... Ja, komm, 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 komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ratte, du hast mich nicht. Na, Pech gehabt. Wenn du sterben willst, stirb. Los, friss. Nein! Boah! Ich hab gedacht, ich töte ihn jetzt. So, ich, ich schieß jetzt auf ihn nochmal. Und zick! Daneben! Ich hab getroffen, ich hab getroffen. So, warte, warte, warte. Wir müssen warten, wir müssen warten. Warten, 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 warten. Ist egal, ich schieß nochmal drauf. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. So. 430.000, nochmal drauf, schieß nochmal. Gary, Gary, Gary! Hast du ihn getroffen, hast du ihn getroffen? Ich hab ihn nochmal getroffen. Komm, du kleines Mistvieh. Dodorex, komm mit! Ah, er liegt! Ja, wie geil ist das denn? Ah! Oh Gott! Gary, ich bin in ihn drin! Ha! Ich bin wieder befleit! Hier sind wirklich Pferde! Wie krass ist das denn? Okay, Kleiner! Ähm... Tame XL! Das kannst du natürlich jetzt schon futtern, von mir aus! Und... Ramadan! Komm, iss, mein Kleiner! Is! Is! Nein, was ist der, Gary? Hast du Prime mit Dingsbums miet? Mutant hab ich mit! Nein! Spoilet meat! Äh! 5 nur! Oh Gott! Gary, kannst du... Äh, äh... Wie viel hat denn dein Viech noch? Gar nichts! Ich hab'n Pferd! Scheiße! Einer muss kurz nach Hause! Gary, du musst dich beeilen! Gary, bist du Wahnsinn! Geh mit'n Dodorex! Geh mit'n Dodorex! Hier ist ein Eiferwifern! Äh, Dodo-Wifern! Komm, klatschen, klatschen! Warte, pass auf! Geh du! Geh du schon mal hin! Hol, 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 hol! Hol Spoilet meat! Oder warte, warte! Genau! Schmuck mit drauf! Das kriegt man doch hier aus den Insekten auch raus! Kriegt man? Oder? Versuch mal, versuch mal! Ja! Ich hab'n 52 Spoilet meat bekommen! Okay, super, 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 super! Ähm... Glaubst du, das reicht auch? Wir müssen ausprobieren! Ich tu'n mal einen rein, ja? Wieviel hast du denn? Äh... Sechs! Ich hab'n 57... Äh, 67! Guck mal, wie viel kriegt er denn? Ich tu'n jetzt mal was rein! 1,2! Nimm dein Zeug raus! Wir brauchen mehr! Hol'n mal schnell! Ach, mein hübscher, mein hübscher! Skorpione bringt ziemlich gut! Los, töte Skorpione! Ähm... Hast du... Das muss jetzt schnell gehen, Gary, los! Hier, 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 hier! Hier drüben, los! Komm! Ich tu'n jetzt schon mal was rein, ja? So! Los, komm, steh auf! Er kriegt plus 449 Level, Gary! Sorry! Äh... Zisch ihn mal 2 Narcotics rein! Ich seh' seine Anzeige nicht! Warte, so! Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut! Jetzt müssen wir nur noch warten! Wir müssen nur noch warten! Aber genau da, wo ich jetzt hingucke, ist ein Alpha-Dodo-Wai-Fan! Alpha-Dodo-Wai-Fan! So wie's aussah! Boah, ich schieß' ihn runter! Den, 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 den schauen wir uns mal in der nächsten Folge an! So sieht's aus! So, Leute! Das war echt ne knappe Geschichte! Er ist jetzt fertig! Wir haben jetzt nur noch 5 Narcotics! Und, von Spoil it mit, hatten wir ja noch genug! Also! Aber er steht jetzt auf! Jaaa! Yes! Holy shit! Ist der groß! Hi! Mama mia! Gary, Gary, gib mir mein Vogel! Gib mir mein Vogel! Okay, stell dich mal neben... Auf und gehen los! Geh mal neben ihn hin! Alter, wie groß der ist! Im Gegensatz zu den Kleinen! Du hattest ein Loch in der Nase! Guck mal, da kann ich durchgucken! Ich weiß! Ich könnte, von hier aus könnte ich dich beobachten! Zeig mal! Hey, Vogel! Ha! Na, äh... Wie, 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 ich... Ah! Ich glaub' das wird eher ein Secret für die nächste Folge! Also! Wir werden ihn in der nächsten Folge ausprobieren! Und! Dann! Gehen wir in dieser Richtung! Ihr habt es ja ganz leicht gesehen! Der Geier folgt dir! Ich seh's, ich seh's, ich seh's! Ah! Du bist so hübsch! Oh! Der, der ist richtig hübsch! Ist egal! Also! Richtig hübsch ist er nicht! Für mich ist er hübsch in meinen Augen! Weil... Das Innere zählt natürlich! Ihr wisst es! Ich... Hier sind keine D-D-D-Dings da, oder? Oh! Hier sind echt Pferde! Ich fass' es nicht! Naja! Ähm! Auf jeden Fall war's das hier von der weiteren Folge ARC! Wenn euch dieser Prime Voltour gefallen hat! Und! Wenn ihr den... Alfa-Dodo-Wafern sehen wollt! Wenn es natürlich einer gewesen ist! Dann lasst doch doch einfach ein Komment und ein Like da! Also! Bis zum nächsten Mal! Tschüüüüüüü! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020